Hey Leute, hier ist der Marc und willkommen zu einer neuen Kapitänskillung. Heute haben wir hier den russischen Schlachtschiff-Kapitän Mikhail Ketrov am Start. Mit seiner Basisfähigkeit Teufelskreis erhöht die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie ihres Schlachtschiffes. Was auf jeden Fall eine solide Basisfähigkeit ist, die nimmt man natürlich gerne mit. Bessere Drehgeschwindigkeit ist immer super auf dem Schlachtschiff, die ja relativ langsam drehen. Aber wir schauen uns jetzt mal hier genau die Skillung an. Wir haben jetzt hier in der ersten Reihe nur keinen Ärger, verringert das Risiko für Brände und Wassereinbrüche. Was auf jeden Fall ein Skill ist, der ziemlich super ist. Hilft euch einfach dabei länger zu überleben. Dadurch, dass ihr weniger Brände und Wassereinbrüche bekommt, ist natürlich auch super für euer Team. Weil wenn ihr länger überlebt, zieht ihr länger gegnerisches Feuer auf euch. Und hilft natürlich auch euren Team länger Schaden zu machen, weil die Gegner natürlich nicht auf euer Team schießen können. Also wirklich hier auch ein Skill, der richtig teamlastig ist und wirklich super ist. Alternativ hätten wir hier noch Streithammel. Verbessert die Torpedo-Ortung und verringert die Ladezeit der Hauptbatterie ihres Schlachtschiffes. Auf Kosten einer Reduzierung der maximalen Feuerreichweite. Das ist auf jeden Fall auch ein Skill, der auf jeden Fall ganz nett ist. Die russischen Schlachtschiffe sind doch schon relativ tanky. Vielleicht nicht ganz so tanky wie die deutschen Schlachtschiffe. Aber man kann schon überlegen, dort mal ein bisschen mit nach vorne zu fahren. Sollte man auf jeden Fall auch. Nachteil natürlich am Streithammel ist einfach die Reichweite, die ihr quasi verliert. Aber ihr habt eine bessere Erkennbarkeitsreichweite von Torpedos, was natürlich super ist. Und eine bessere Ladezeit der Hauptgeschütze. Speziell hier auf den höheren Stufen habt ihr da wirklich ordentlich Ersparnis an Ladezeit. Was natürlich richtig geil ist. Dennoch würde ich wahrscheinlich in der ersten Reihe hier diesen etwas defensiveren Skill nehmen. Um einfach länger zu überleben. Aber Streithammel für die Leute, die wirklich drauf stehen, die gerne nach vorne fahren. Auf jeden Fall eine richtig gute Alternative. Dann gehen wir weiter mit der zweiten Reihe. Dort haben wir kreuzweise erhöht die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie. Nochmal, was quasi auch eure Basisfähigkeit hat. Das ist natürlich super. Ihr könnt nochmal die Drehgeschwindigkeit erhöhen. Was man natürlich auch gerne mitnimmt. Würde ich hier auf jeden Fall auch nehmen. Alternativ hätten wir hier noch das Stachelschwein, erhöhte Reichweite, Präzision und Treffgenauigkeit der Sekundärbatterie. Die russischen Schlachtschiffe sind aber jetzt nicht so dafür bekannt, wirklich eine verdammt starke Sekundärbatterie zu haben. Daher würde ich hier eher kreuzweise nehmen, um einfach nochmal eine bessere Drehgeschwindigkeit zu haben. Was natürlich super ist. Weiter geht's mit der dritten Reihe. Dort haben wir einmal Freiwilliger verringert die Nachladezeit des Schadensbegrenzungsteams und gewährt zusätzliche Ladungen auf Kosten der Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials. Speziell hier auf dieser Stufe. Mein Kapitän ist jetzt hier gerade Stufe 6. Dort ist der negative Effekt schon noch bei 70%, was schon ziemlich krass ist. Also Freiwilliger lohnt sich wahrscheinlich erst beim Meisterschaftslevel 3 oder 4. Aber hier bei 1 oder 2, was wir unten noch sehen, 50%, das ist halt auch noch zu viel, definitiv. Das ist natürlich nice, dass ihr weitere Ladungen von den Schadensbegrenzungsteamen dazu bekommt. Das ist nämlich die Besonderheit der russischen Schlachtschiffe. Dort habt ihr nämlich eine bestimmte Anzahl an Schadensbegrenzungsteams Aufladungen. Und wenn diese quasi einfach verbraucht sind, dann könnt ihr keine Feuer mehr reparieren, keine Wassereinbrüche. Also dort ist es auch schon wichtig, mehr davon zu haben. Definitiv ein guter Skill, aber der punktet hier wirklich eher, wenn euer Kapitän wirklich auf einer sehr, sehr hohen Stufe ist. Alternativ hätten wir hier noch den Feuerwehrmann. Verringert das Risiko eines Brandes und reduziert die maximale Zahl der Brände auf 3. Verringert gleichzeitig die Ladezeit des Schadensbegrenzungsteams, aber auch dessen Wirkungsdauer. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr stärker Skill. Nochmal hier das Risiko eines Brandes runterdrücken. Zusammen mit nur kein Ärger, das ist natürlich richtig, richtig stark. Zusätzlich noch die Ladezeit runter. Allerdings ist die Wirkungsdauer halt auch ein bisschen kürzer. Das heißt, ihr könnt halt auch wieder schneller brennen. Und das ist halt wirklich eine schwierige Wahl. Wir schauen nochmal, was wir als dritte Alternative hier haben. Kollektive Arbeitskraft erhöht die Wirkungsdauer des Schadensbegrenzungsteams und gewährt eine zusätzliche Ladung des Verbrauchsmaterials. Das ist natürlich auch ein super Skill. Diesen würde ich jetzt hier wahrscheinlich auch nehmen. Ist halt so 50-50 zwischen Feuerwehrmann und kollektive Arbeitskraft. Zumindest bei der aktuellen Kapitänenstufe. Und wenn der Kapitän wirklich auf einer sehr hohen Stufe ist, dann würde ich wahrscheinlich sogar auf Freiwilliger wechseln. Aber das ist halt wirklich schwierig. Alle drei Skills, also wie gesagt, diese zwei Skills sind wirklich super, wenn der Kapitän vielleicht noch nicht so hoch ist. Und diese zwei Skills sind halt auch super, wenn der Kapitän halt ein hohes Level hat. Also das ist wirklich schwierig. Alle drei Skills kommen irgendwie in Frage. Geh jetzt vielleicht doch mal mit dem Feuerwehrmann hier an der Stelle. Einfach weil ihr dann, ja, reduzierte Wahrscheinlichkeit habt, quasi Brände zu bekommen. Nur drei maximale Brandherde, was natürlich auch super ist, länger zu überleben. Und wir machen weiter mit der vierten Reihe. Dort haben wir einmal Streckenrekord in XXL. Erhöht die maximale Reichweite der Hopp-Batterie. Ist natürlich super, aber die Prozente sind jetzt hier nicht sehr hoch, sage ich mal. Daher schauen wir uns mal hier die Alternative an und die ist richtig klasse. Und zwar haben wir hier den Mechanikermeister. Erhöht die Menge an Trefferpunkten, die durch das Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft wiederhergestellt wird. Verkürzt seine Ladezeit und fügt weitere Ladungen hinzu. Das hilft euch natürlich nochmal dabei, länger mit euren Shift zu überleben. Speziellen Kombinationen mit den Skills, die wir hier schon genommen haben. Seid ihr denn wirklich richtig, richtig tanky und ich mag das auf jeden Fall. Also Mechanikermeister, ein verdammt geiler Skill, den ich hier auf jeden Fall auch nehmen werde. Und weiter geht's mit den legendären Skills. Dort haben wir Wille zum Wiederaufbau. Erhöht die Trefferpunktwiederherstellungsrate, wenn die Reparaturmannschaft aktiv ist. Diesen Skill würde ich hier auch auf jeden Fall nehmen. Ist halt eine perfekte Ergänzung zum Mechanikermeister, welcher ja auch die Menge der wiederhergestellten Trefferpunkte erhöht. Diese beiden Skills zusammen sind wirklich super. Und dann hätten wir alternativ noch den Scherenlauf. Verbessert die Ruderstellzeit und die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie ihres Schlachtschiffes auf Kosten der Treffgenauigkeit. Diesen Skill, den mag ich nicht so gerne leiden, weil ihr einfach eine höhere Streuung der Hauptbatterie habt, was teilweise sehr frustrierend sein kann. Ruderstellzeit und Drehgeschwindigkeit nochmal dazu. Ist zwar ganz nett, aber der negative Aspekt ist mir doch ein bisschen zu hoch. Daher gehen wir hier mit Wille zum Wiederaufbau. Und dann kommen wir natürlich noch zu den Inspirationen. Dort würde ich auf jeden Fall den Andrew Cunningham nutzen. Dieser erhöht die Präzision der Hauptbatterie, was natürlich verdammt geil ist. Gerade wenn ihr natürlich irgendeinen Gegner oder vielleicht einen Kreuzer, der Breitseite vor euch fährt, bestrafen wollt. Dort eine gute Präzision ist das A und O, um diesen vielleicht direkt frühzeitig aus der Runde rauszunehmen. Daher Andrew Cunningham richtig stark. Und als zweite Inspiration nutze ich noch den Charles Metten. Dieser verringert die Ladezeit und erhöht die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie. Auch ein wirklich stärker Kapitän. Bessere Drehgeschwindigkeit noch mit euren zwei Skills, die ihr eh schon habt. Das ist halt brutal. Und dann noch die Ladezeit runter. Das heißt, ihr könnt auch öfter schießen. Das ist halt wirklich super. Alternativ, wenn ihr ein bisschen defensiver dort noch rein möchtet, dann könnt ihr auf jeden Fall auch den Nobutake Kondo als Inspiration alternativ nutzen. Dieser verbessert nämlich noch die Tarnung ihres Schlachtschiffes. Das kann euch auf jeden Fall sehr, sehr nützlich sein. Speziell, wenn ihr sehr früh im Gefecht viel Schaden bekommen habt und dann euch nochmal zurückziehen wollt und durch die bessere Tarnung es halt leichter habt und nochmal eure Reparaturmannschaften durchdrücken könnt, dann könnt ihr halt unter Umständen nochmal wieder mit halbem Leben zurück, wo ihr vielleicht ohne diesen Kapitän vorher schon gestorben wärt. Also auch hier wirklich eine gute Alternative, wenn ihr ein bisschen defensiver, ein bisschen mehr auf Überleben gehen wollt. Nobutake Kondo, super Kapitän. So, und das war es auch soweit mit der Kapitänskillung von Mikael Kedrov. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.